To We Travel Star, Reisebüro Bachmann, viermal in Leipzig. Viele Urlauber möchten vorher sicherstellen, dass der Urlaub wirklich gelungen ist. Deswegen legen wir, das Team vom To We Travel Star Reisebüro Bachmann, so viel Wert auf eine gute Beratungsleistung. Meine Mitarbeiter haben ein paar Beispiele mitgebracht und los geht's. Hallo liebe Reisefreunde, für die Dominikanische Republik habe ich auch zwei Hotels für Sie zur Auswahl. Einmal das Rio Palace Punta Cana Resort und einmal das herrliche Royalton Punta Cana Resort Casino und Spa. Welches Hotel zu Ihnen passt, das finden wir gerne in einem persönlichen Gespräch heraus. Gerne können Sie mich besuchen, wir sind hier am To We Travel Star Reisebüro in Leipzig, am Flughafen Leipzig Halle. Und mein Name ist Janislava Georgjewa. Mein Name ist André Lutze, ich arbeite im To We Travel Star Reisebüro Bachmann in Leipzig-Grünau. Meine Hotelempfehlungen sind die Malediven, hier besonders die Hotels Coredu und Curamati. In einem persönlichen Gespräch würde ich mich sehr freuen, Ihnen wertvolle Tipps zu geben und natürlich die passende Insel für Sie zu finden. Auch ich berate Sie gern, zum Beispiel für Mexiko. Da habe ich zwei tolle Tipps für Sie. Zum einen das Denzima Seaside Sweets & Spa und zum anderen das Rio Palace Mexiko. Gerne schauen wir für Sie, welches Hotel für Sie am besten passt. Mich finden Sie am Flughafen Leipzig Halle im To We Travel Star und mein Name ist Manny Pöfferkorn. To We Travel Star Reisebüro Bachmann. Ob Grünau, Postdorf Center, Höfe am Brühl oder Flughafen. Sie finden uns viermal in Leipzig.